oh jetzt ruckelt es jetzt ja ja nur ein bisschen viren gut was haben wir das baumann jetzt haben auch und ist jetzt unser theater fertig eigentlich schon oder ich würde sagen ja denke ich auch zum glück werden die bäume hier nicht übelst groß lasse doch ja aber trotzdem aber wenn du mal einen großen setzen willst wissen genau wenn du mal einen großen haben willst kriegst du nie schön gefällt ja finde ich auch ganz cool cool mit g cool ja man könnte jetzt entweder die die stadtmauer so anbinden cool man könnte man echt machen oder nicht oder nicht oder halt nicht ich bin so gerade am überlegen weil ich finde diese idee hier cool dass du das hier so mit dem feuer gemacht hast dass man den den turmen die wachtturm auch in der farbe macht weil wir haben dort drüben haben wir ja auch blumentöpfe als turme ich bitte dich ja als durchgang musste ja unbedingt sein wo bist du bei mir okay so folgen sie mir die sind auch schon alt die sind schon seit fast anfang an seit 80 jahren morgens ich sehe hier nicht mehr weil ich es seit wann ich nicht mehr geguckt habe was steht hier genau stimmt sky bei ich will den ja nö naja hier die turme halt und ich muss die zinn wollte ich unbedingt draufstehen haben das sieht nämlich klasse aus was ist denn hier oben für eine schalte oben es geht an wenn es dunkel ist ach wenn es dunkel ist lichtsensor ja 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 sehe 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 ist hier ist eine sie sei ja wenn ich da jetzt das drüber mache dann geht es an oder nee mäh geht lagen musst du aufsehen musst du aufsehen wollte ich gerade sagen werde ich aufsehen wirst du aufsehen du wirst aufsehen alter wirst du aufsehen alter piffer ja so die kirche gut oder was wolltest du jetzt sagen ich weiß nicht der graue hat gerade auch irgendwas sagen ach so glaube ich ja nö ich habe es eigentlich nicht gesagt das ist schon wieder so immer wenn der graue der versucht was zu sagen wisst du und dann das ist wie letztes mal da wollte er hat er mir zwischen den folgen pausen ja hat er mir erzählt dass er jetzt eine geschichte erzählen will oder vorlesen der hat es nicht gemacht alter stimmt nicht natürlich hast du das gesagt ähm nein wollte er ein geheimes erzählen weiß ich nie ich sage das die kirche bauen wir nicht ja das müssen wir eigentlich wirklich mit alpes genehmigung machen den brauchen wir ein ipad dazu ja für eine kirche okay na maius hängst du im rauch fest ja ist dicht was könnte man jetzt tun maius spricht hier sehe ich gerade im stream sonst wo rum in unserem äh hauptbahnhof der überall hinführt mach ich das ja boah jetzt fliegst du bei mir erst zum okay bei mir im stream falle ich jetzt schon durch die fliegs durch ja dann ist das ein übelstes delay hier bei mir naja egal schön tja was könnte man ihm jetzt noch basteln hm na dann dann bauen wir die mauer dran dann machen wir das mit der mauer ja da ist da sind wir mit dem theater fertig hast du da eine idee wie die türme aussehen könnten ich würde sie schon ähnlich im stil so lassen wie die anderen die wir hier haben aber halt gemischt mit deiner mini form hier ist jetzt schwierig aber und ich würde sie wahrscheinlich nie hier vorne dran pappen sondern auch so parallel wie sie hier hinten schon sind so wie sie hier hinten stehen ungefähr hier hinten ich höre mal ganz kurz auf weißt du äh hier ja hier ist er so quasi ja hier sollte ein bisschen dicker ja genau ungefähr da hat das jetzt nicht gehört ja ja du bist afkar naja hau ab reingegangen ist anscheinend noch nicht afkar dann ist das ihr da euch wundert oder sonst was ne wir uns wundern was alles gut ja alles gut gut sind wir alle mal afkar bis gleich genau wir sind auch mal afkar tschüssi guckt euch ich zeige euch das feuer hier in der zeit und dann sind wir mal afkar äh ja ne schön im stil wie diese hier das heißt die müssten so ein bisschen dünner ein bisschen höher sein und die dicke würde ich so lassen wie es hier drüben ist beim haupteingang oder an die ecktürme das sind 5 ne ich würde sagen ja und je höher sie sind desto schmaler wirken sie habe ich mir mal sagen lassen ja 5 ist glaube ich gut da kann man nämlich von innen noch so eine treppe wendeltreppe nach oben bauen ja das habe ich nämlich glaube ich bei den meisten ach doch nicht gemacht okay dann habe ich das hier auch noch nie gemacht schön dann mache ich das irgendwann mal dann könnte man mit den gedanken das rockelt heute bei mir übelst ey entschuldigung dann könnte man mit den gedanken spielen dass wenn die türme stehen dass dann so an die an die ecken die richtung theater gucken noch so logen dran kommen kann man machen klar das müsstest du mir mal zwar zeigen aber ja das hört sich erstmal nie gut an mach mal wir bauen erstmal die türme und dann genau und dann bauen wir alles andere alles ja ich glaube unser internet kackt wieder ab ich glaube unser internet kackt wieder ab das ist so zum kotzen der graue afk bleib wieder hd porno an naja klar irgendwas ist wieder blu ray 4k movies ja wo soll denn der turm starten hier die ecke dass hier der turmeck die turmecke ist oder na genau zum beispiel von mir aus zum beispiel so jetzt hier als no no ecke ich weiß nicht wie hoch die höhe könnte fast richtig sein ja bin ich eigentlich angenehm muss ja auch so passen zum und dann halt bis zum boden runter genau quasi und halt hohe turme und die farbe lassen machen wir auch quarts oder machen wir mauer farbe ich glaube es passt hier quarts besser oder naja aber irgendwo muss die mauer dann ja anschließen hoch ja bestimmt auch wieder also letztendlich ist schnee entweder ist halt die turme weiß und die mauer grau oder die turme sind auch grau und passt dann nicht so richtig zum theater also da muss ich letztendlich für eins entscheiden wahrscheinlich ja es passt dann nicht zum theater musst du dunkel machen okay musst du dunkel machen ja dann machen wir es halt so ja machen wir es dunkel wir gucken uns einfach mal an ich stelle mal so einen bolzen hin ah jetzt hast du die höhe uns kaputt gemacht die war so schön ja na gut das geht eigentlich ja kann man machen ja man kann sich da schon ein bisschen schönreden hm die zinn dann zeige ich dir mal wie ich das meinte wenn das jetzt die ecke zum theater ist dann nehme ich auch nach dem block genau da kommt hier halt noch hallo so ich bin zu niedrig ich bin zu niedrig hab ich gewundert warum kann ich ihn hier anbauen mich doof also ja aber wir bauen erst mal den turmrohling ja toller fachbetrifft ha 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 ich hätte türmer werden sollen türmer ja geiler beruf ja ich wäre türmer wenn ich mal klein bin dann könnte man hier zum beispiel halt so einen Wurmfortsatz dran machen als Loge stimmt ja das macht Sinn wo man dann mit der inneren Treppe irgendwie hochkommt und dann für die besonderen Kinder auf die andere Seite auch noch irgendeine und dann hat man halt noch so Special Plätze für die besonderen Kinder so geil für die für die besonderen Kinder unter euch ja genau das ist gut ähm jetzt gucken wir mal an wie ich das hier gemacht habe architektonisch ah das ist ja eine coole Idee krass das war da kann ja nur wieder von mir kommen ist der Feder von mir so ich bin wieder da schade hallo hi wir quatschen da noch visioni was hat na paddel sich da ach der paddel leer graue sich da wieder runtergeladen ah das Lied ist ein schönes Lied was war denn das davor hast du da irgendeinen illegalen Film gezogen oder was das hatte ich eigentlich mal rausgehauen aber jetzt ist wieder drin die Sonne hat's ja gut geklappt reu dich ey erstmal schön drauf einhören reu dichst jetzt muss ich noch mal was gucken die Sonne ist schon weg bei uns du kannst doch noch draußen gucken zieht sich zu antworte es ist wieder heller aber es kommt frische Luft rein so Regenluft ist lecker du ich hab das rollo am PC hab ich zu na und dann guckst halt mal durch ich durchs rollo guck da mal durch kannst doch so hier äh Finger ne aber ich sehe auch keine Sonne mehr oder scheint die Sonne ja alles weg also Sonne sehe ich echt keine mehr ne ne um die Uhrzeit noch nie es ist 14 Uhr graui achso passt passt ja das Stream ist aufgezeichnet sorry es guckt mir so viel zu ich glaube Minecraft boomt richtig ne grad im Sommer bei der Hitze da macht sich das super so ein Stream zu machen ne es gibt halt 1000 Minecraft Streamer na und und da verpassen sie aber was bei uns ha 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 auf zwei Zuschauer landet man halt in der Liste ganz weit unten oben oben ja das wäre schön wenn sie es machen würden aber es klappt auch irgendwie naja vielleicht schon ist schwierig ist halt so auf Twitch wir holen uns einen illegalen Zuschauer-Bot und machen das öffentlich dann sind wir nämlich ganz cool und noch ein Donation-Bot genau das finanzieren wir selber uns genau bezahlst 50 Euro und kriegst 40 Euro gespendet im Laufe eines Streams oh schön das Fake Donations ja um die Masse anzukurbeln genau die Zwehe die hier zuschauen hoffen die spenden die ha 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 ja das macht durchaus Sinn wenn wir das machen ich finde das ist eine wasserdichte Sache jo mach ma es finde ich supergeil supergeil so da habe ich mein Turm-Design auch wieder oder das Bäm-Dorf-Design so jetzt immer bitte STRG-C, STRG-V auf die andere Seite das wäre jetzt geil ja ha 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 so das steht es Luda das oder machst du die Loge wieder weiß ich mach die Loge wieder weiß das könnte hochgehen vielleicht das könnte hochgehen ne vielleicht könnte das aber hochgehen Steine grabbeln tausend Mal gesteinigt no so dann guck mal hier mal zum Glück haben wir hier schon Bäume gepflanzt bin ich ziemlich glücklich darüber so jetzt muss ich natürlich abpassen welche Höhe hm kann ich echt gut abschätzen jetzt hm so jetzt bin ich mit dem Gesicht direkt an dem obersten Block und wenn ich jetzt einfach nach drüben fliege sagt es mir dass ich nur noch einen Block höher muß ich bin ja wie so ein ich bin ja wie so ein bin ja wie so ein Laser Laser genau so ein äh Laser Wasserwaage hm cooler Vergleich ey find ich klasse mein Rechner ruckelt heute was zusammen ey bestimmt noch Java Updaten Java Updates bringt's immer man alles besser oh ja gerade Minecraft passt guck mal hier noch ein paar Performance was haben wir denn hier check ne das ist Wurst ja Memory wird kaum ausgelastet ich hab 2 Gig freigegeben hm das reicht ja eigentlich also der braucht da davon höchstens 800 mal ja klar die Shader Mod wird noch ein bisschen mehr brauchen aber ja aber ich bin bei 800 oder so glaub ich grad gewesen mhm also 40% höchstens vielleicht muss ich noch mehr geben dass er noch mehr nehmen kann aber ich weiß ja nie wie es läuft aber machen oder ist das zu klumpig da ich weiß es nie los bäum verschwinde wirkt irgendwie zu klumpig machst du mit Slaps vielleicht mhm könnte vielleicht auch sein wollte ich dir eigentlich schon letztes Mal sagen Slapstick aber wisst du was man mit dem Turm machen kann dass der nie ganz so protzig aussieht so steinig man könnte so im Schlangenformat äh so ne Quarzdings hochschlängern quasi mhm klingt gut da ist es nie ganz so krass aber trotzdem kriegst du einen ordentlichen Übergang rüber ach ach ich wieder mit meinen geilen Ideen ich bin ganz schön brillant was macht Graui jetzt eigentlich? Büssi ich baue die Mauer jetzt mhm da bin ich ja total begeistert vor eine Mauer zu errichten noch es hat niemand vor eine Mauer ich hab's jetzt etwa schon schräg gemacht oder so ist sie schief und krumm nein bau 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 bitte bau ruhig